Alter, du bist dich! Du bist dich gerade offen! Hilfe! Und Kaam! Mann! Und wir sind zu... Nochmal. Ah, HALLO und helfen wir uns! Ähm, haben wir drauf. HALLO und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge! Mein Let's Play! Wir sind auf Launch. Das ist besonders scheiße. Oh, nee. Sag mir auch, wenn's losgeht und so, ne? Jaja, also es geht gleich los. Jetzt geht's los, ja. Äh, warum ich sagen muss, warum's losgeht. Er spielt mit verbundenen Auge und ich muss ihm sagen, wo bist du überhaupt? Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Aber, 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 stimmt. Womit du nicht die Katothek oder was? Nein, damit, damit ich weiß nicht. Ich hab' die Katothek oder was? 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 Fink' mich! War denn? Was bin ich auf dem Moment? Ich hab' die Katothek. Wann, dann muss ich auch springen! Oh, ich bin mir jetzt noch gerannt. Oh, ich spielte. Hier ist wirklich drauf. Weiß ich hab' die. Was hast du denn? Find ich das? Also ich glaub, das wär besser, wenn wir mit den Baby nicht aufnehmen. Besonders ist heute nichts für die Kinder. Nein, klar war, was auch lustig. Ja, aber wenn du gestirnst, dann bist du danses heranwacht. Ja, ich will aber sehen, was ich dann grad zum Mist mache. Ich guck mal kurz, ob ich noch lebe, okay? Äh, nein, ich bin schon... Nein, ich nehme dich da noch. Wo ist sagt man, wo ich lang muss? Nein, vielleicht machen wir es so, dass der andere erst die verbundenen Augen hat, wenn der andere einen gefunden hat. Ja, aber wenn du dann trotzdem gleich verreckst... Ja, stimmt. Ja, okay. Dann machen wir jetzt nochmal kurz einen kurzen Cut und dann wird der David mal die Augen verbunden haben. Nächste Runde. Also, bis gleich. Da hört man mich? Ja, hört man. Okay, mach hin, schnell. 7, 6, 5. Ja, ich bin schon da. Ja, genau. Also, jetzt hat der David sich mal die Augen verbunden. Und diesmal... Es geht los. So, ich such dich, bleib stehen. So, ja, da seh ich dich. Renn einfach mal grad aus. Oder rechts jetzt, rechts, rechts. Ja, okay, grad aus, grad aus. Links, links. Links, links. Grad aus, ja, ja. Ne, links, nein. Rechts, rechts, rechts. Rechts, das andere, rechts. Ja, okay, jetzt einfach grad aus. Dreh dich doch nicht immer. Links! Du läufst grad gegen die Wand. Okay, jetzt grad aus. Einfach grad aus. Mann! Links! Schnell, du bist in der Ecke. Links, links, links. Jetzt renn, renn, renn. Rechts! Ja, grad aus, grad aus, grad aus. Gerade, grad aus, ne? Wo bist du? Ah, die Kartoffel ist hier! Wo bist du? Link, ich bin die Kartoffel gewesen! 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 Nein! Gut, dann muss ich das jetzt? Soll ich das jetzt ohne? Ja, musst du. Okay. Ja, du bist eh, du brauchst die Kartoffel. Was? Okay, bis hin. Das gibt's nicht! Da bin ich vor dem Tag gestorben! Und der hat dir die Augen verbunden! Ne, das gibt's, das müssen wir nochmal machen, okay? Oh, wie hoch bin ich geflogen bitte! Okay, also ich würde sagen, wir hängen noch ein Runde dran. Bis gleich. Gut. Also, wir haben jetzt noch ein Runde drin. Prozent Prozent Koffer haben sich mit meiner mit meiner er hat noch zehn Sekunden wenn sie retten 10 Sekunden Harkis wenn der David hat er es noch mal verbundene Augen und hoffentlich kommt nicht in Laune Nein es ist Laune nein 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 das ist nicht gut so ist sucht ich jetzt erst mal bleibt einfach stehen bleibt einfach stehen da ich sehe ich Prozent geradeaus kann ausfällen ja okay Sprengen springen aus kann aus rechts 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 Sprengen rechts ja ja was die Sprengen doch jetzt wieder springen geradeaus jetzt sind wir am Sporen renn eh du bist ins Loch gefallen okay ist doch Glas drüber okay rechts ja genau geradeaus 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 oder ist die Kartoffel irgendwo keine Ahnung geradeaus geradeaus ein bisschen links links springen ja rechts rechts springen rechts hör auf mich zu schlagen ja bleib mal stehen wo bist du da genau geradeaus rechts 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 gespringen geradeaus rechts springen springen genau geradeaus 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 da haut dich jemand aber der ist nicht Kartoffel so ein hero-boy-Typ äh geradeaus renn geradeaus da ist die Kartoffel ich bin in einem Loch ich sehe dich nicht renn einfach geradeaus ja hier renn ja ich weiß nicht nur geradeaus ja weiter links 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 das andere links links rechts 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 jetzt schnell rechts rechts das andere rechts man fahren oh ne huisch jetzt hieß k flirt ja Renn Renn einfach weg schnell schnell aus raus 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 einfach geradeaus schlage ich mal ein bisschen weg moyens So, bam, 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 weg mit dir. Jetzt hast du Eis. Nein, ich hab Eis. Dann kann ich jemanden vereisen. Wo bist du? Du bist weg. Da. Nein, du bist an der Eiswand. Äh, an der Glaswand. Nein, nein. Bleib stehen, bleib stehen. So, jetzt mal ganz ruhig. Ja, wir sehen jetzt alles ruhig. Ja, jetzt einfach gradaus und hüpfen. Nein, er hat so ein scheiß Name-Tag. Schnell, da ist die Kartoffel, da ist die Kartoffel. Renn gradaus, gradaus. Gradaus, nicht nach hinten. Jetzt rechts. Ja, gradaus, genau so. So ist gut. Nein, so ist nicht mehr gut, sondern du musst erst nach links. Links, jetzt gradaus. Hüpf. Ja, jetzt rechts hüpfen. Da kommen mir die wieder raus. Ja, jetzt bist du raus. Ja, bravo. Jetzt bist du links, links, links. Das andere links. Ja, genau, das richtige links. Ja, ja, jetzt bist du wieder in einem Loch. Okay, dann komm ja jetzt einfach mal wieder raus, ja. Ja, genau so ist das schon gut. Ja, du schaffst es. Du hast es noch nicht geschafft, aber gleich. Ja, bin ich mir ganz sicher. Ja, da ist ein zweier Block. Da kommst du nicht weiter. Da auch nicht. Hier links. Genau so, gradaus. So, jetzt lauf. Weiter. Und gleich bist du schon draußen. Jetzt bist du an der Glaswand. Spring noch ein bisschen. Genau. Boah, so lang haben wir lang nicht mehr überlebt, ey. Überlebt. Was willst du? Boah, wirst du halt verglast. So, gradaus, gradaus. Hüpfel. Was wollen die eigentlich? Warum soll ich... Du bist schon wieder in einem Loch, ey. Das ist so schrecklich mit mir. Genau so ist gut. Weiter, gradaus, gradaus, gradaus. Du bist Kartoffel. Nein, ich bin tot. Da ist die Kartoffel direkt vor mir explodiert. Das gibt's nicht. Ich bin schon wieder vor mir da, wird geschockt. Das ist unfassbar. Okay, ich seh dich nicht. Nee, warte. Nein, du bist schon tot. Geht immer noch so rum. Okay. Boah, okay, okay, ich sag, dann war es das jetzt aus, dass man lernt. Ich muss kurz die Ding abnehmen. Boah, alter. Das hat weggegangen. Ja, geht da, ist also, ich fand's auf jeden Fall so lustig, ey, ey. Also, ich hoffe, es hat euch auch gefallen, wenn ihr mehr davon wollt, den Daumen nach hoch. Ich bin jetzt von dir, das fällt so um nach oben, äh, also von Gafi-Seite. Ja, genau, dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich bin jetzt von Gafi-Seite. Musik Ja, ich bin jetzt von Gafi-Seite. Jus Yuki-Seite. Untertitelung des ZDF, 2020